einen wunderschönen guten tag ihr lieben heute wollen wir ein bisschen content über terroristik machen und zwar speziell geht es um ein neues produkt der firma lucky reptile so Ich denke, dass den meisten von euch die Firma Lucky Reptil schon ein Begriff ist. Es ist eine Firma, die seit vielen, vielen Jahrzehnten Terroristikprodukte herstellt und immer wieder bemüht ist, ihre Produkte zu verbessern oder neue Produktlinien auf den Markt zu bringen. Genauso ist es in diesem Fall auch wieder. Lucky Webteil hat eine neue Futterlinie herausgebracht. Die hatten wir in dem Video zur Interzoo kurz angeschnitten und die ganzen Produkte sind jetzt bei uns eingetroffen. Und tatsächlich ist es mal wieder was ganz anderes, was es so noch nicht gab. Und das werden wir euch jetzt mal vorstellen. Dann folgt mir mal. So, und zwar geht es um diese Linie. Und zwar, diese Linie nennt sich jetzt Soft Foods. Und zwar ist ja die Firma Lucky Webteil auch immer bemüht, Futterlinien oder Futtersorten herzustellen, die auch ein bisschen weggehen von der Lebendtierfütterung, sondern mehr hingehen zur Fertigfutterfütterung sozusagen. Oder zumindest alternativ dazu, dass man auch ein Fertigfutter anbieten kann. Und das machen sie, wie soll ich sagen, sehr, sehr hochwertig. Also es gibt ja viele Futtersorten, sag ich mal, die jetzt nicht so hochwertig sind. Und Lucky Webteil legt da wirklich Wert drauf, dass auch speziell für die jeweilige Art die Inhaltsstoffe wirklich passend sind. Und ich das Tier damit auch wirklich artgerecht ernähren kann. Und das haben sie mit der Linie wieder super hingekriegt. Wir haben es vorab jetzt schon mal getestet an unseren Tieren. Fazit mega. Ja, also die Tiere sind wirklich, also es sind Futtersorten, die wir vorher noch nie gefüttert haben unseren Tieren. Und sie sind wirklich sehr, sehr schnell an das Futter rangegangen und haben es auch wirklich ordentlich gefressen. Da war ich selber ein bisschen verblüfft, dass das so schnell funktioniert hat. Ich fand es auch lustig, dass selbst der Außendienstler von Lucky Webteil überrascht war. Also gar nicht so, wie er hätte nicht damit gerechnet, aber doch offen, einfach überrascht war, dass es so gut funktioniert. Genau, viele Grüße hier an Richie. Das fand ich sehr sympathisch, weil ich auch dachte, ja, genau so ging es mir dann auch. Ich habe ihn voll verstanden, als ich gesehen habe, dachte ich, oh, also weil wir haben auch Futtertiere diesmal dabei. Ey Quatsch, Futter für Tiere dabei, die normalerweise nicht an Fertigfutter quasi gehen würden. Genau, wie unsere Leopardgeggos zum Beispiel, die normalerweise eigentlich nur an Lebendtiere gehen, weil die ja auch ein bisschen diese Bewegung brauchen und auf Bewegung reagieren. Und selbst unsere Leopardgeggos sind sofort an dieses Softfutter rangegangen. Da waren wir alle verblüfft, das hätten wir nie gedacht. Aber es hat super funktioniert. Und selbst, wie gesagt, der Richie, der Außendienstler von Lucky Webtail, war auch völlig hin und weg. Ich fange mal an mit den Food-Jellies, würde ich sagen. Und zwar, ich stelle mal meine Lucky Webtailtasse weg. Das ist ein Futterbrei. Futterbrei für, sage ich mal, die meisten Taggeggo-Arten, beziehungsweise Kronkopfgeggos. Also eigentlich für Geggo-Arten, die gerne Nektar, zum Beispiel Fruchtnektar oder sowas auflecken. Deswegen Taggeggos, Kronkopfgeggos. Für sowas, für diese Arten von Geggos ist das gemacht. Genau, verschiedene Zwerggeggo-Arten halt auch, wie der Williamsy, der mit drauf ist. Genau, die ganzen Lycodactylus-Arten oder sowas. Also für diese Zwerggeggo-Arten, die lieben es ja, so ein Fruchtbrei oder in der Natur Nektar irgendwo aufzulecken. Und für diese Arten ist sozusagen diese Food-Jellies gemacht. Die sind ein bisschen anders. Die meisten Terrarianer von euch kennen ja diese normalen Food-Jellies, diese kleinen Näpfchen. Ich habe es hier. Das sind ja diese gängigen, die es schon seit Jahrzehnten im Handel gibt. Und da gibt es aber einen Unterschied zu diesem neuen Fruchtbrei. Das zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz. Ich mache mal so einen Food-Jelly, so einen normalen Food-Jelly auf. So. Und dann ist das ja immer wie so ein Pudding. Dann ist das ja, das ist ja sehr fest. Und die Geggos, die mögen das auch. Die lieben das auch. Die gehen ran, die lecken da dran rum, weil es ihnen das schmeckt. Aber es ist trotzdem schwierig für die Tiere, davon richtig was zu fressen. Und das hat Lucky Reptile aber jetzt erkannt und hat das jetzt in anderer Art und Weise hergestellt. Ich nehme mal so eine Packung von dem neuen. Und zwar ist es hier so, dass das eher eine Breiform hat. Warte, ich nehme mal einen Löffel. So. Und hier seht ihr schon, dass das eher so eine Breiform hat. Das heißt, der Gecko, der kann nicht nur dran rumlecken, sondern er kann es auch richtig aktiv fressen und aufnehmen. Der kann wirklich, sage ich mal, mit seiner Zunge so einen ganzen Brocken auflecken und dann direkt fressen. Und das ging halt vorher bei diesen normalen Food-Jellies nicht. Da konnten die tatsächlich nur dran rumlecken. Das ist der Riesenvorteil jetzt von diesen Soft-Jellies, von diesen Food-Jellies. Und wie gesagt, wir haben es bei uns getestet und tatsächlich, die Geckos fanden es mega. Also die haben das richtig, ja, die haben so ein Ratzfatz war dieses Ding leer. Also bei mehreren Gecko-Orten natürlich, einer schafft es nicht. Also das war wirklich super, super gut angekommen. Diese Food-Jellies gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Genau, lass mal durchgehen, was sie so mal gut haben. Genau, wir gehen einfach mal durch. Genau. Und zwar gibt es das in Bananen, also Bananengeschmack. Dann gibt es das in Mango. Dann gibt es das in Litchi. Mit Calcium extra zugemischt. Genau, extra noch mit Calcium angemischt. Oder in Swarberry. Also die Erdbeere. Genau. Das ist mein Highlight, muss ich zugeben, weil ich es so lustig finde. Grüne Trauben. Grüne Traube, genau. Sieht auch irgendwie am, ja, das ist gerade schlecht zu sehen, aber es ist irgendwie ganz cool. Und zum Schluss Apriko. Na, da muss man natürlich jetzt mal schauen. Jeder Gecko mag natürlich unterschiedliche Fruchtsorten sozusagen. Deswegen kann man jetzt, muss man das testen. Das finde ich aber ganz gut, dass Lucky Reptil da auch noch einen Mix gemacht hat. Es gibt dann quasi auch noch einen Mix, wo du, wo all diese Sorten, ja, die sind halt drin in dem Set sozusagen. Diese ganzen verschiedenen Fruchtsorten. Und ich glaube, das ist sinnvoll, das zuallererst mal zu nehmen, um zu gucken, okay, was mag mein Gecko am liebsten? Welche Richtung, welche Geschmacksrichtung? Und dann kann ich ja später, wenn ich das weiß, passend dazu die jeweiligen Jellies kaufen, im Blister sozusagen. Genau, beziehungsweise ich finde das auch ganz cool, einfach zur Abwechslung. Oder zur Abwechslung, genau. Es ist gleich verschiedene, weil, ja, die Geschmäcker sind verschieden, wie du schon sagst. Aber auch so, dass das, ja, verschiedene Früchte aufzunehmen, wahrscheinlich auch ein bisschen für die einfach interessant ist. Beschäftigung halt quasi. Richtig, richtig. Naja, deswegen finde ich es auch sinnvoll, am Anfang erstmal diesen Mix zu kaufen und wirklich auch mal ein bisschen, wie gesagt, Abwechslung. Und zu gucken, okay, was mag mein Gecko besonders von denen. Dann kann ich natürlich auch diese Geschmacksrichtung einzeln dann kaufen und dem Tier anbieten. Also das ist wirklich eine coole Sache. Das zeigen wir euch dann auch nochmal in kleinen Ausschnitten, wie die Tiere bei uns an die Jellies wirklich rangegangen sind und das gefressen haben. Das kriegt ihr dann extra nochmal eingeblendet. Ja, das ist Geschichte Food Jelly für, wie gesagt, diese ganzen Geckoarten, die das auch von Ästen und so weiter ablecken. So, dann machen wir weiter griechische Landschildkröte. Und zwar gibt es da, das ist auch so eine Art, naja, das ist weniger ein Brei, das ist wie eine Art Pudding. Ich packe das mal aus, ich zeige euch das mal. Das sieht auch tatsächlich aus wie Pudding. Hat aber eine relativ feste Konsistenz. Auch das haben wir bei uns probiert, bei den Landschildkröten, obwohl die Landschildkröten das im Vorfeld noch nie gesehen oder wir haben sie ja im Vorfeld noch nie probiert. Hallo Paul. Und die Landschildkröten sind tatsächlich sofort, die sind sofort drauf und haben das wie wild gefressen. Genau. Das ist eine ganz coole Sache. Auch übrigens nochmal extra angereichert mit Calcium. Extra, weil die Landschildkröten ja einen erhöhten Calciumbedarf haben für ihren Panzer, ist hier auch der Calciumwert nochmal extra angehoben worden. Genau. Und ich finde in Zeiten, in denen der Sepia-Schale ein bisschen rar gesät ist, ist auch eine ganz coole Ergänzung, das gleich fertig im Futter integriert zu haben. Genau so ist es. Ja. Genau. Dann machen wir einfach mal weiter mit Wasserschildkröten. Da gibt es auch direkt jetzt für Wasserschildkröten. Das sind auch Turtle Pudding. Genau. Schildkröten. Das haben wir tatsächlich selber jetzt noch gar nicht probiert. Da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Das werden wir im Nachgang noch probieren, inwieweit das angenommen wird. Könnte ich mir aber vorstellen, dass es auch ziemlich gut angenommen wird. Mit einem hohen Proteinanteil, mit einem hohen Insektenanteil sozusagen. Das testen wir noch aus. Was? Oder nee, wir kommen erst mal zu den zwei wichtigsten Neuheiten, finde ich eigentlich. Und zwar haben wir Insekten-Jellies. Insekt-Booster-Jellies, so rum. Und zwar geht es eigentlich da drum. Ihr kennt das ja alle, wenn die Insekten jetzt, sage ich mal, mehrere Tage irgendwo in einer Schachtel oder in einem Behälter sind. Der Nährwert der Insekten lässt ja von Tag zu Tag nach. Und also wenn die keine, wenn die nicht aktiv irgendwas fressen, wird der Nährwert immer weniger und immer weniger. Fressen eure Reptilen dann diese Tiere, haben die natürlich auch eine deutlich geringere Nährstoffaufnahme durch die Tiere. Und das ist ganz cool. Und zwar könnt ihr eure Insekten damit füttern im Vorfeld. Das ist, wie gesagt, extra angereichert mit ganz vielen Vitaminen, mit Mineralstoffen. Das nehmen die Futtertiere auf und dann fressen das ja eure Reptilien, sozusagen diese Futtertiere, die vorher damit gefüttert wurden. Also ihr haltet den Nährwert der Futtertiere sehr, sehr hoch. Und das kommt wiederum euren Reptilien natürlich dann zugute. Das ist eine ganz coole Sache. Das gibt es einmal eher proteinhaltig sozusagen. Und dann gibt es das noch, wo ein deutlich höherer Pflanzenanteil drin ist in den Jellys. Also eher so für Heuschrecken zum Beispiel. Weil die Heuschrecken fressen ja auch eher oder brauchen eher eine pflanzliche Ernährung. Ich glaube, das ist auch interessant für Halter von Heuschrecken. Also ich glaube, das gibt es ja auch für Insektenhalter. Ich wäre sehr gespannt, ob auch Phasmiden rangehen würden. Das haben wir noch nicht getestet, weil es sind zumindest Brombeerblätter drin. Das stimmt, das könnten wir mal probieren. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Also würde ich auch gerne mal Rücksprache mit Lucky Webteil an sich halten, weil das ist eine coole Idee, wenn das gehen würde. Ob es dafür gedacht ist. Aber es gibt ja auch verschiedene Riesenheuschreckenarten, die hatten wir auch schon mal da. Ja, richtig. Und die sind ja weniger zum Füttern gedacht, mehr zum Halten. Und ich glaube, dafür ist es halt auch eine coole Sache, dass man denen mal was anbieten kann. Genau, das könnten wir eigentlich auch mal testen. Also das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Neuheit. Und jetzt kommen wir zu der zweiten wesentlichen Neuheit. Und zwar geht es da um die Jellys für Leopardgegos. Also ich glaube, die meisten von euch werden sich jetzt fragen, Leopardgego? Mein Leopardgego geht doch nicht an Fertigfutter ran. Haben wir auch gedacht. Aber tatsächlich ist es wirklich so, es bedarf natürlich erstmal eine kurze Eingewöhnung oder ein kurzes Antrainieren, sage ich mal. Aber bei uns hat es eigentlich sofort von Anfang an funktioniert, dass wir die Jellys, haben wir ein kleines Stückchen gemacht, haben die mit der Pezette hingehalten, haben ein bisschen gewackelt und die haben das sofort gefressen. Also da waren wir selber auch alle baff gewesen. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir nicht erwartet, weil normalerweise ein Leopardgego geht ja auf Insekten, die sich bewegen. Der geht ja immer auf Bewegungen. Das haben wir natürlich imitiert, wie gesagt, ein bisschen durch das Wackeln mit der Pezette, aber dass sie das Futter so gut gefressen haben und im Nachgang dann auch von alleine gefressen haben. Also man muss dazu sagen, dass mit dem Nachgang alleine, das dauert schon ein bisschen. Also das ist nicht mit einer Fütterung getan, vielleicht bei eurem Tier. Bei uns war es jetzt zum Teil nicht so. Aber auch nicht so lange. Bei uns war es ja so, wir haben es eine Woche lang ungefähr immer wieder so gemacht und nach einer Woche sogar haben die das geschnallt. Dann haben wir das nur noch reingelegt und dann haben die das selbstständig gefressen. Also das fand ich schon nicht schlecht. Und das ist natürlich auch interessant, zum Beispiel wenn ihr in Urlaub fahrt oder so und ihr braucht irgendeine Vertretung. Und viele, wir wissen ja selber, wie das ist mit Urlaubsbetreuung, viele Leute, die mögen das nicht, an Insekten anzufassen oder Insekten den Reptilien zu füttern. Und da ist es natürlich auch eine sehr, sehr interessante Sache, weil die Vertretung braucht bloß so ein Jelly reinzulegen, vielleicht ein bisschen klein machen vorher und fertig. Und das kriegt ja jeder hin, sage ich mal. Und da muss die Vertretung halt sich nicht mit lebenden Insekten abgeben in dem Moment. Also das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also das habe ich vorher auch noch nie so gesehen. Und gerade was du sagst mit dem Anwendungsfall Urlaubsvertretung, finde ich genial. Also definitiv habe ich sofort daran denken müssen. Genau. Vielleicht zur Blistergröße. Also es sind immer vier von diesen Blistern drin, die du schon mal gezeigt hast. Die haben alle die gleiche Größe. So sieht das immer aus. 15 Gramm ist es dann. Und insgesamt sind 60 Gramm in einer Packung. Ja. Bei diesem Schildkröten-Pudding, also dieser Torte der großen Packung, ist es so, dass es 60 Gramm pro Blistern. Genau. Ja gut, die Schildkröten fressen ja auch ein bisschen mehr. Deswegen sind die Portionsgrößen, ich habe es vorhin schon mal gezeigt, sind die Portionsgrößen halt auch größer. Genau. Weil einfach die Schildkröten ja auch deutlich mehr fressen wie so ein kleiner Gekko. Genau. Und wenn ihr zum Beispiel auch für die Insektenvarianten wenig Fluttiere da habt und das aufteilen wollt, dann ist laut Herstellerangabe das Ganze noch zwei bis drei Tage im Kühlschrank haltbar. Also ihr müsst nicht alles verbrauchen. Ja. Ja, das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Es ist nicht so einmal, also man kann es einmal anwenden und fertig, aber man kann auch aufteilen. Das finde ich ganz cool. Genau so ist es. Jawohl. Eins wäre vielleicht noch für die, oder an die Firma Lucky Webteil, ich wüsste nicht, dass es einen Halter für die Jellies gibt. Ja. Also das wäre aber noch eine coole Sache, wenn ihr passend für diese Jellies mal noch einen Halter, also weiß ich nicht, in Form von einem Stein mit einem, wo ich den reinstellen kann, oder einfach auch für die Gekos im oberen Bereich irgendeinen Saugnapfen mit einem Ring oder so, wo ich die Jellies reinstellen kann. Das wäre aber noch toll. Die Konkurrenz, also Exoterra, doch, das ist Exoterra, die haben einen tatsächlich, muss man jetzt so fairerweise sagen. Aber nicht für diese Packungsgröße eben. Genau. Man könnte es umfüllen, das ist wieder ein bisschen umständlicher, schlimm ist es nicht, aber dafür direkt einen, gerade für baumbewohnende Sachen, weil diese Blister hinstellen, das geht. Auch für die Leos und sowas geht schon, ist nicht optisch schön, da wäre so ein Stein natürlich nochmal das gewisse Extra. Aber gerade für Baumbewohner, muss ich zugeben, finde ich es besser, ich kann es oben da. Genau, dadurch, dass die Jellies auch diese, also die Größe der Jellies ist halt größer, wie die gängigen normalen Jellies, die wir schon immer kennen. Und deswegen passt das leider nicht in diesen Ring rein. Also von daher wäre es ganz cool, ne? Lager-Webteil, schreibt es euch zur Fahne. Ähm, ja, ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt erstmal so weit durch, ne? Achso, nee, halt, nee, Entschuldigung, eins haben wir noch vergessen, natürlich. Die Bart-Agame haben wir vergessen. Genau, das ist, wie gesagt, das Jelly für die Bart-Agame. Und zwar ist das jetzt hier für die juvenile Bart-Agame, also für das Jungtier. Und gibt es noch für adulte Bart-Agame. Unterschied ist ganz einfach, bei Bart-Agame-Jungtieren, die haben ja einen erhöhten Proteinbedarf, also die brauchen mehr tierische Nahrung sozusagen. Das heißt, hier sind deutlich mehr Insekten verarbeitet in den Jellies. Und für die adulte Variante geht es dann mehr Richtung Pflanze. Ne, sind die Jellies vegetarischer, mehr Pflanzen, höherer Pflanzenanteil verarbeitet, ganz einfach. Und das ist ja auch das Produkt, bei dem es am ehesten von Lucky Reptile auch Konkurrenzprodukt, beziehungsweise Vorab-Produkt gab es schon, sowas wie ein Flower-Mix haben sie auch schon mal gemacht. Alles in trockener Form und jetzt eben auch bei dem Softfood. Genau, richtig. Was gibt es noch zu sagen? Wollen wir nochmal füttern gehen oder so? Wollen wir nochmal füttern gehen? Dann gehen wir nochmal füttern. Dann gehen wir nochmal füttern. Ich nehme mal Schildkröte. Wir gehen mal zu den Schildkröten. Ich würde ja Leos auch probieren. Ja, wir können auch nochmal Leos probieren. Danke. Jetzt probieren wir mal die Schildkröte. Auch kurzer Hinweis, die Lichter im Hintergrund flaggern nur an der Kamera, nicht im echten Leben. Das liegt in den Herzzahlen der Kamera und der Lampen. Nicht, dass mich wundert, was wir hier für eine Discobeleuchtung machen. Übrigens mag Paul das Futter auch sehr, sehr gerne. Soll ich dir das lieber geben? Aber eigentlich sind das doch viele Schildkröten, Pauli. Das ist doch gar nicht für dich. So, na gut. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, das jetzt so im Ganzen zu lassen sozusagen und dass die Schildkröten das mehr oder weniger abbeißen. Ihr könnt es aber auch klein machen. Also ihr könnt es auch ein kleines Stückchen machen. Um es den Schildkröten etwas zu vereinfachen, werde ich das mal ein bisschen klein machen. Also wie ihr sehen könnt, die Schildkröten mögen es. Sie fressen es wirklich sehr, sehr gerne. Sie gehen auch sofort ran. Gibt es gar nichts weiter zu sagen. Also wirklich mega. Ja, das riecht aber lecker. Das ist jetzt die Leo-Variante. Genau. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Leos das auch wieder so schnell annehmen. Ich habe das mal ein bisschen angeraut, beziehungsweise kleine Stückchen draus gemacht. Also der geht richtig gut an dieses Jelly ran, wie man sieht. Und das ist schon ungewöhnlich, dafür, dass ein Leo normalerweise eigentlich nur Insekten jagt. Und wenn ich das mehrere Male wiederhole, in einem gewissen Abstand immer wieder wiederhole, dann merken die sich das relativ schnell und dann reicht es tatsächlich, wenn ich so ein Jelly rein stelle, das Fleisch tatsächlich ein bisschen anraue, also ich kleine Stückchen draus mache und dann fressen die das selbstständig. Hätte ich im Vorfeld nie gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe echt gedacht, okay, die gehen nur auf Lebendiges, auf bewegende Sachen. Aber nein, tatsächlich, die Jellies nehmen sie richtig, richtig gut an. Ja. Genau. Wollen wir noch was Schönes zeigen? So, wir hoffen, dass wir euch die neuen Softfoods jetzt etwas näher bringen konnten, beziehungsweise euch schmackhaft machen konnten. Wenn jetzt noch die passenden Halter für die Jellies kommen würden, das wäre natürlich sensationell. Ansonsten, wir werden euch natürlich die ganzen Produkte unten dann nochmal verlinken. Es wäre toll, wenn ihr das mal ausprobiert, beziehungsweise in die Kommentare schreibt, wie die Futtersorten bei euch angekommen sind. Das würde uns auch sehr, sehr interessieren. Genau, beziehungsweise was so euer Ersteindruck ist, wenn ihr es halt so seht. Ich glaube, es gibt noch kaum Informationen zu den ganzen Geschichten jetzt hier im Internet. Also wir haben selbst vorab geguckt und waren überrascht, dass noch niemand das so ein bisschen vorgestellt hat. Von daher, gerne mal schreiben, wie sieht es denn aus, gerade die Leo-Geschichte mit der Urlaubsbetreuung, wenn da kein Interesse daran besteht, andere Tiere zu verfüttern als Alternative für die Leos. Wie ist da die Meinung bei euch? Genau. Schreibt mal ein Feedback in die Kommentare, das würde uns sehr, sehr interessieren. Wie gesagt, wir sind mega überzeugt davon. Die Tiere sind durch die Bank weg eigentlich alle an die Jellies rangegangen. Positives Feedback, definitiv. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre toll, Abo wäre toll. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, bye bye. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.